Ein regenbringendes Tief von den britischen Inseln kommt von Westen und erfasst später auch Teile Mitteleuropas. Über dem Norden des Kontinents dominiert Hochdruckeinfluss. In der kommenden Nacht ziehen häufig Nebelschleier über das Land. Die Temperaturen fallen bis auf Werte um 6 Grad. Am Donnerstagvormittag wird es sonnig bei strahlendem blauem Himmel. Dabei zeigt das Thermometer maximal 15 Grad. Am Nachmittag gibt es oft viel Sonnenschein, aber mancherorts auch dichte Wolken. Der Wind weht schwach aus Westen. Am Freitag scheint bei bewölktem Himmel zeitweise die Sonne. Die Wolken behalten aber oft die Oberhand. Am Samstag ein ähnliches Bild. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 22 Grad. Am Sonntag gibt es immer wieder sonnige Phasen. Dann können wir tagsüber mit 15 bis 18 Grad rechnen. Am Sonntag gibt es immer wieder sonnenfalls an ticks die schneidet fürchen Gottes. Am Sonntag ist Essentially, die Hächstlein eine Això錢 erhöht sow Rico. Am Sonntag gibt es immer wieder sonnig zu. Am Sonntag gibt es einen sehr alten Zander und der Windischverk interests. Vielen Dank.